Wie man Kisten sortiert im Alter, Original-Video ist in der Beschreibung verlinkt. Mit 5 Jahren hat man einfach in allen Kisten nur Dreck am Start. Der Dreck muss ja auch sortiert werden. Mit 7 Jahren hat man dann schon ein bisschen Struktur reingebracht in einige Diamanten. Ja, dann dort die Werkzeuge rein und ja, also ganz strukturiert. Mit 15 Jahren hat man einfach mal ein super heftiges Kistenlager, aber überall ist einfach irgendwas reingeschmissen worden. Wie sortiert ihr eure Kisten? Ordentlich oder einfach irgendwie? Schreibt es in die Kommentare.